Aus Spaß an der Freude. Ich stehe morgens gern auf, mache meinen Job gern einfach aus der Motivation raus, jeden Tag eine neue Herausforderung zu haben. Das macht es unheimlich interessant, nach Lösungen zu suchen, Lösungen zu finden, die umzusetzen, zu realisieren und am Abend seine Satisfaction zu haben. Mit solch einer Aufgabe Problemlösungen. Das macht den Beruf sehr spannend und interessant.